Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Die, hallo. So, Jasmin möchte wieder mal mein Freund sein. Äh, ja, was hast denn du für ein Wetter mitgebracht, sag mal? Oh, so wie ich mich fühle. Feucht? Ness. Oh. Verheult? Verrotzt? Mhm. Krank? Mhm. Bleh. Ja, cool, denn, äh, gut, wenn's eh regnet, dann kann ich ja hier draußen meine Terrasse ein bisschen weitermachen. Wenn's aufhört, so wie jetzt gleich, wollen wir denn einmal, äh, ins Schneegebiet? Ja, ich würd mir denn wärmere Sachen anziehen, aber so... Was denn? ...im Großen und Ganzen, keine Ahnung, was warm ist. Ich erfrih' ja eh nicht, also fahr' ich einfach so. Ja. Ja. Hab' nur mehr Hunger anscheinend dann, und Durst. Oder Hunger? War ich nicht Hunger? Nimm mir mal ne heiße Suppe mit. Ne heiße Suppe? Naja, hier Wildbret eigentlich bei Obst. Und dann nochmal ein bisschen hier Steak mit Kartoffeln. Was hab' ich denn hier zu trinken? Nee, ein Bier will ich hier nicht mitnehmen. Obwohl, das macht einen wahrscheinlich auch warm. Aus mit dem Mittig. Hoppe. Was ist der Unterschied? Hm? Ich guck' mir hier grad so'n Bauelement an, und es verwirrt mich. Dann lot's it lieber. Oh. Nee, das... Ist not food. Nee, das würde auch nix werden. Nee, dann lass das. Ich brauch' das außen. Ach Mensch, meine Quest hab' ich auch noch gar nicht gemacht. Jasmin! Ja, ich will erst mal in das Schneegebiet. Ich muss noch meine Quest beim Händler abgeben. Hm. Gibt es hier keine halben Platten, die an der Wand stehen? Also außen? Ich muss noch mal in das Schneegebiet. Ich muss noch mal in die Wand stehen. Äh... Die Rechnung geht nicht auf. Das, was ich vorhatte, geht ja so gar nicht. Na. Außer... Du kannst jetzt mal aufhören zu regnen. Ich möchte gerne losfahren. Ah, aber jetzt kann ich hier ja nix... Ich glaube, ich kriege Besuch. Da sind bestimmt die Nachbarn. Die haben mitgekriegt, dass ich hier einen Grill aufbauen möchte. Eine Outdoor-Kitchen. Verdammt! Das war ihnen zu weit. Wäre hier die richtige Ecke? Das ist ein bisschen doof mit dem Fenster, ne? Warte, ich muss mich noch, bevor wir losradeln, einmal ein bisschen verarzten. So. Äh... Oh? Äh... Ich brauche für den Bogen ein Reparatur-Kit Sachen gibt's, Jasmin Sachen gibt's Ist das mein oder dein Fahrrad da unten, meins? Bist du noch da? Nee, wir wollen ja gar nicht zum Stehen Hm Okay Na ja, ich kann schon mal bisschen vorradeln Hier muss auch unbedingt wieder was rein Eine Schippe voll Dreck Ich hab eine Schippe voll Dreck Ich hab eine Schippe voll Dreck Ich hab eine Schippe voll Dreck Sieht zwar schön aus der Höhe, aber ich glaube ich nehme den weg Wie tief muss ich puddeln, bis ich Bruch Sand habe? Der Stein Der Stein Der gute alte Stein Ich glaube ich habe da etwas nicht durchdacht Hm Olli Ah, ah, da bist du ja wieder Ich hab doch gesagt, ich muss mal kurz weg Ich hab da Ich hab da Ich hab da Ja, ich dachte hier im Spiel Nee, nee, nee Ich dachte die Nachbarn Nee, im Spiel läuft Diese aufdringlichen Schmarotzer Die mal Zucker haben wollen Hier ist kein Verlass auf die Nachbarn Wieso? So, bist du schon los? Äh Los Ja, ich bin hier Der Maulwurf hier hinten im Berg Alten Du bist schon losgedüst Ja, ja Dein Ernst Ja Ich spiel Maulwurf Das ist ja ne Ratte Naja, du spielst Ratte, spielst du Ratpratz Also wirklich Patrick, das ist nicht nett gewesen jetzt hier Es tut mir leid Ich hatte den Vorschlag und du Es wird nie wieder vorkommen Siehst schon von dann Ja Eigentlich wollte ich mich auch wärmer anziehen Das hab ich jetzt natürlich auch vergessen Hast du was zu trinken und essen mit? Äh, ich hab zwei Stück Kuchen und was zu trinken Und du so? Ich hab genug Ich hab äh Kuchen Eintopf Säge mit Kartoffeln Kaffee, Pasta Ja, da wird für mich ordentlich was überbleiben, ne? War das jetzt links? Hm? Wie für dich Hm? Wie für dich Hast du mir kein Hast du mir kein Lunchpaket geschmiert? War genug, ey Jasmin, bitte Ich bin 33, ja Das sind Ferien Ach komm, hör doch auf Mach deinen Kack selber Immer Habe auf Nee, rechts Jasmin, unterhalten sich zwei Blondinen, ne? Sagt die eine Ich hab jetzt mal angefangen Ich hab jetzt mal angefangen Die Kinder Statt ins Bett immer auf den Nachtschrank zu legen oder raffen Du schlägt ein Rabe nach Afrika Gar nicht Schwarz natürlich Ach Gott, ey Oh, hier Wenn du über die Brücke gefahren bist Hast du da Fußgänger gesehen? Ja, da waren noch irgendwelche Ja, da waren noch irgendwelche Da kommt einer Ah ja, 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 ja Oh, äh Ich hab nix gesehen Ja, ich hab immer noch nix gesehen Hier, ich überfahre die Sau Weil ich stehe Ja, guck mal Kann ich die Reifen durchdrehen lassen? Oh, ja Burn hat auf seinen Rücken Okay, wir können also nicht erfrieren Wurde, halt Ich teste das mal Oh, hier, was ist denn das? Irgend, äh, hier, äh Oh, ja Mensch Na Mensch Wie heißen die Viecher denn? Was ist denn das hier? Oh, ein Hase Nein, hier so ein Mensch, das Tier da Hier, Schneelöwe Nee, wie heißen die denn? Yeti Hä, wo ist denn der jetzt? Der Yeti? Oh, schade, er ist weg Nein, kein Ist der bei dir? Ja, ich weiß nicht Wo bist du überhaupt? So ein Riesenvieh Ja Ja, das da, meine ich Der da? Ja, genau Schlag ihn mit dem Knüppel Du hast doch einen an der Marmel Warum? Das schaffst du doch nie Da muss schon ein richtiger Mann her Hä? Du musst den Knüppel richtig Rektal tief einführen Da geht er zu Boden Von wegen Von wegen schaff ich nicht Ja, ja, da musst du Das muss richtig Rektal bis Anschlag Und dann geht er runter Ich hab jetzt schon Hunger, ey Hunger? Der Knüppel ist der Pit, alter Mein Knüppel? Danke Oh Mein Fahrrad hab ich eingesteckt, ja Ey, ja, wollten wir wieder zurück zur Straße? Da war ja Oh Gott, ich seh dich gar nicht mehr Ich geh doch schon zur Straße Ah, okay, ich komm mit Habst du Angst? Nein Nee, dann geht's ja Ich seh dich halt nur nicht Ah, ich frag mal die nette Passantin, die da grad jemanden enthauptet hat Entschuldigung, haben sie Jasmin gesehen? Ah, die ist ja verrückt, wer hat denn da mit gerechnet? Ey, mir ist nicht mehr kalt, also ich hab keinen Frostbildschirm mehr Ich schon, aber nicht mehr rot Nee Oh, das ist geil, du hörst ja richtig den Schnee Bestimmt plus ein Grad hier Wenn du da drauf trittst Wo, wo, wo bist du? Komm her Hund, Hund, Hund Hund bei dir Ich find's ganz lieb, dass die Tiere nur auf dich gehen Ja Hast du noch gut Leben? Ja Okay Ah, da können wir uns einen leckeren Wildbret-Eintopf machen Speisen wie die Könige, das ist ja wie Weihnachten Also ist das cool, wenn du im Schnee gehst, ne? Ja Dann knatscht das so Musst du nur aufpassen, dass du nicht ausrutschst Mhm Wenn du im Schnee ausrutschst, brichst du dir ein Bein Wollen wir mal auf den Friedhof? Gleich Yo, Level up Uh, uh, ein Schlag, ein Treffer Dein Kopf zermatsch Ich hab doch gesagt, das nächste Huhn wird geschlachtet Hier geht's bestimmt gleich richtig ab, ey Hm Äh Ja, der Friedhofswärter Dem geht's nicht mehr so gut hier bei den ganzen Gasen, die er aushalten muss Lauf weg Oh, oh, oh Komm her, du Sau Komm her, du Sau Au, nein, ah, ich bin auf den Grabstein getreten Ach, Knöchel verstaucht Ist er denn jetzt, ist er tot? Ja, ja Ne, ich mein Der brauchen wir was? Ich muss gleich einmal kurz weg hier Zerbrochenes Glas Oh, cool Oh Jasmin, ich hab ne Brille Bleibst du wohl liegen? Oh, ich muss gleich nochmal kurz weg Kannst du gleich mal auf mich aufpassen? Äh, ja, ja Alles cool Na, oder ich stell mich hier irgendwo oben rauf Oh, das ist doch jetzt auch gefährlich Oh, ich hab zwei Wasser Sind bestimmt gefroren Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte mal kurz Ja, aus den Leichen kriegen wir noch, äh, Nitrat Hallo? Ja, ich muss gleich mal kurz Ist das so Grabsteinschändungen hier? Wo bist du denn noch da? Hier ist niemand gestorben Die Trauernden werden ihn ewig suchen Hier sind fette Kissen Durchsuche den Sarg Komm mal hierher Achso, ja, okay Äh, wo denn? Ja Oh, ich hab meine Schaufel genommen Blöde Kugel, kommst von hinten, du fieses Miet Was ist das? Ah, wo denn? Fragemole Oh mein Gott Wieso immer von hinten? Was ist hier? Das freu ich mich auch Das rennt schon seit Wochen Das ist die Militärbeste, hm Das fängt schon an zu brennen, aber die hören einfach nicht damit auf Was fängt an zu brennen? Ja, dass die immer von hinten kommen müssen Bäh Mittlerweile habe ich nicht mal mehr den richtigen Stuhlgang, das fällt einfach runter Aha Hm Ja Sehr schön So Aus Äh, die Kapelle war jetzt nicht so der Hit, ne? Dafür, dass diese groß ist Der Hit Shit Und das ist nie der Ausgang wieder Hä, da bin ich nie reingekommen, ach da Ähm, warte, kannst du mal kurz, wo bist du denn jetzt? Äh, ich bin gerade hinter der... Äh, du solltest eigentlich einmal auf mich aufpassen Ja, ist doch kein Problem, ich bin hier Wo? Bist du jetzt vorne? Hier, hier Ja Oben Ich komm gleich Ja, ich baue in der Zeit den Stein unter dir ab Hä? Mal gucken, wer zuerst fertig ist Ah, keine Ausdauer Was können wir da machen? Können wir ein Sticker anziehen? Das fehlt mir Und ne Hose fehlt mir auch Äh, 8,6 Schlechter, ne? So Erstmal einen Happen rein fürs Bäuerchen Das geht aber an die Substanzen hier, ne? Ganz schön rapider Ganz schön robuster Stein Ach so, hoffentlich War's das jetzt hier Ah Hallo? Ja? Du kannst aufhören Okay So, dann gucken wir jetzt mal hier ran Ah Das ist ja nur der Haupteingang Da ist du? Und hinten, hinter war ich schon Ach so, also ist hier nichts weiter? Hm, ich habe nichts gesehen Ja, das hat ja nichts zu heißen hier Aber da ist ein verdächtiges Loch in der Ecke, ne? Ja Hast du dir das aufgedacht? Ja Hier scheint ein Scheinwerfer rauf Ja Grab mal Warte, ich brauche Schaufel Nicht, dass du gleich weg bist Was ist das? Ach, nur Stein wahrscheinlich Ein Loch Ein, ein viereckiges Loch 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 Okay, hier ist anscheinend nicht viel Warte Warst du hier überall drinnen in den Steindingern? Äh, ja Okay Können wir ja mal weiter schauen Cool hier, ey Gibt's hier noch? Hier kriegst du ein Lehm aus dem Krug Ja, gut, Lehm haben wir ja mehr als genug Man kann nie genug Lehm haben Lehm kannst du überall abbauen Lehm, das Elixier des Lebens Ja, wirklich Oh, ein Knigel Ach, ich dachte grad du wärst ein Zombie Hier wär noch ein Haus Ja, ich seh's Ich hab auch noch Wenn du Lust hättest, könnten wir diese Immobilie inspizieren Ja, erstmal gucken wo der Eingang ist Hier schwebt das Holz, hier ist ein Grill Schwebholz Geil Habe ich gefixt Hier ist der Eingang Ja Der Grill wird sich gut bei uns auf der Terrasse machen Ich hab den mal mitgenommen Da muss ich richtig anklopfen, ja Hallo Feuerwehr Geht du mal jetzt erst, genau Die Mikrowelle wird sich gut auf unserer Terrasse machen Das ist ja Müll Ich wollte grad sagen, hä, aber wo, ah Die kommen immer von irgendwo runter einfach nur Abfallpresse Kommst du klar? Ja, ich hänge fest, alter Klar komm ich, klar Ich komme Ich komme Einführen Immer einführen, Jasmin Ich kann leveln Warte mal Warte, 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 warte Kupfer her Ich habe einen Punkt Hä? Diese blöde Jacke brauche ich nicht Äh, ich mein Messing Wir können Schmelztiegel herstellen, Jasmin Bäh Du weißt, was das heißt Ich komme hinter diesen Holz her Ja Oh, geil Äh, wir haben jetzt bald ein Auto, ne Ich meine nicht dich mit Otto, ich meinte ihn da Achso, ja, das musst du auch sagen, ne Das ist ja nicht Wir können demnächst mit dem Auto fahren, Jasmin Hauptlandschalter, mhm Hast du mir zugehört? Jaaa Auto Oh Gott, alter, der Junge ist gut Hab schon beim ersten Mal verstanden Eher nicht Au Mal was essen, mal wieder Jasmin nicht wohl geschlagen Ich komme Ich rette dich Wo bist du denn? Im Wohnzimmer Er haut doch einfach ab hier, ey Was ist das hier? Ein muffiger Rucksack Er geht einfach immer weg hier vor mir Wer? Du Ich? Niemals Ja, natürlich Ja, ich musste den Heizkörper hier Den muss ich einmal richtig anziehen Weil, äh, durch den Frost, wenn das leckt, ne Der könnte platzen Ah Die Wasserleitung Ist auch nicht deine Bude Ja, aber die wollen wir vielleicht kaufen Die ist ganz schön groß Was wollen wir? Die wollen wir kaufen Deswegen gucken wir uns doch die Immobilie an Deswegen zerstöre ich hier schon mal ein paar Türen Die sind mir einfach zu doof Oh, vier Blaubeeren Geil So, hier waren wir ja schon Es gibt keine Tür, die mich aufheißen kann Ja, echt, du läufst einfach durch, ohne auf mich zu warten Fimmt ja gar nicht Na, sicher Nein, ich warte hier oben auf dich Du marschierst einfach durch Hinten Ja, wo denn Fetzlein, komm her, ja Ja, du bist so blöd, um zu laufen, wa? Boi Ich komme mal endlich ein Schmelztiege herstellen Bist du hinter der Tür? Da oben Klopf, klopf Das Mim Das, was du kannst, kann ich ja auch Klopf, klopf Toll, aber Da hat sich mir gleich die Sprache verschlagen Der ist unten berührter Müll Hä? Ja, wo ist der denn? Das bist du nicht Das weiß ich nicht, ich bin oben Ja, ich auch Ganz oben Ja, ich auch Oh, oh, das ist nicht gut Achso, nee, ich bin ein unter dir Ah, hier, hinter dir, die Treppe runter Das ist nicht gut Du stehst da wie angewurzelt Ja, was soll Ich muss hier erstmal gucken Achso, ich hab jetzt gedacht, du hast hier äh Ich dachte, du stürzt ab Nee Oh Gott Jasmin Hä, wie, wo willst du denn jetzt überhaupt hin? Hier ist ein Loch Ah Da ist ein Loch Da ist auch ein Loch Willst du denn jetzt überhaupt hin? Hier über ein Dach Da wo die Lampe ist Hier, hier, hier Jaaa Hier, hier, komm Hier, folgt mir Äh, au Da meinste Ja, ja Tschüss Annimm das, Eminem Ja, komm her, hier, komm Ja, komm her, hier, komm Du kleiner Scheißer da hinten Ja, genau, wir machen ihn fertig Komm her, hier, uh Ich bin auf Abstand Ja, wir machen ihn fertig Komm her, hier Komm her, hier Gesandwiched Hm Ah Doch gesandwiched So, warst du hier auch schon? Nö Ja, die Pflastersteine kann ich leider nicht mitnehmen Ich hab die Da ist auch noch, äh In dem Müllhaufen Links von dir Boom, boom, sechs Mega Äh, in dem Müllhaufen Hast du die Pflastersteine mitgenommen? Oh Da, hinter dir Hä Das kann ins Auge gehen Hä Da ist nix drin Hä, hier ist noch nix Oh Musst du dir überlegen, ob du das hier einsteckst, was ich gerade fallen gelassen habe Was ist denn das? Wo denn? Hier, Rüstung Militärrüstungsteile Ne, hab ich auch schon weggeparkt Ich hab keinen Platz mehr, ich bin jetzt schon viel überladen Ich geniege mir mal einen Heizkörper Wenn wir hier fertig gelupet haben, zünden wir die Hütte an Achso, Vorsicht, hier ist jetzt ein Loch Ein Loch Ein Loch oder zwei Loch Ein Loch Achso, hier ist nur ein Badezimmer Oh, gefütterte Stiefel Oh, nix verschwenden, wiederverwenden Ah, hier liegt auch noch ein leerer Da warst du schon, wa? Können wir wieder runter Haben wir ja So weit alles Wofür war dieses Loch? Oder hat das keinen Zweck gehabt? Die Bude bürgt dir irgendwie größer, ne? Ja Bin auch gefeuert, ich würde sagen, wir lassen uns hier nicht wieder Oh Okay Was hast du kaputt gemacht? Was hast du kaputt gemacht? Die Stufe Ich wollte eigentlich die Falle, aber irgendwie höre ich daneben gehauen die ganze Zeit Die musste immer ganz weit unten hauen Ja So, wo war man jetzt noch nicht? Also ich bin Ei, ich bin überladen, ey Schmeiß was ins Fahrrad Ei, da muss ich die ganze Zeit mit dem Fahrrad fahren Das finde ich irgendwie doof Wo wollen wir jetzt hin? Also ich muss was ins Fahrrad schmeißen Doch, ich bin fünf überladen Mal gucken, kann ich hier irgendwas Was? Also das brauche ich auf jeden Fall nicht Oh Ja Äh 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 Die brauche ich auch nicht Ich habe einen Bogen 6 gefunden, geil, ne? Habe ich auch Hast du einen Recurve oder hast du einen langen Bogen? Primitiver Bogen steht da Mh Ein langen Bogen Was? Ah Ach Nur irgendwas? Mh Gehball brauche ich nicht Ähm Ähm Oh Oh Oh, ich ziehe den Wheelie durch Jasmin, guck mal Guck mal, wie krass ich bin Ja, ich gucke, Patrick Guck, wie krass ich bin Ich berühre... Oh, jetzt berühre ich den Boden Oh Jasmin, guck, wie krass du bist Mann, lass mich das mal alleine machen, Mann Du hast das fast alleine geschafft, du bist richtig krass Oh ey, jedes Mal mischt der sich ein, der Junge, ey Alter Entschuldigung, ich wusste nicht, dass auf dem Zombie dein Name drauf stand Auf allen Zombies Weißt du was? Weißt du was, Jasmin? Bist du hin? Hier ist der Spielplatz Kann da ein bisschen schaukeln gehen her Achso, ich bin gerade ins Haus gegangen vom Holzfäller Ah, ja, ich komme Ja, der schöne Blick aus der Veranda Ah, herrlich Oh, nee, die ätzenden Nachbarn Hauen sie ab Nein Gehen sie weg oder ich rufe die Polizei Lassen Sie meine Türen Ruhe Hey Hilfe, Hilfe Hör doch hier schon was Hilfe Bei dir oder was? Nö, oben drüber Hä? Ah, ein Bücherregal, ich wollte auch rein rein gucken Oh Mann ey, ja kannst du das Papier Geil Ich brauch kein Papier Ich brauch Papier Hier, ich mach euch die Türen auf, kommt doch her Hä? Lässt du die jetzt rein? Na, wo sind die denn? So Oh Irgendwo hier sind die Hä? So, Hopfen weg Das rass sich aber richtig aus Hä? Wo sind die denn? Die sind über uns Was? So Was hab ich denn hier für ein Buch jetzt? Boah Geil Das ist doch ein Witz Naja Was denn? Nix, nix Nix Hä, wo sind die denn? Ach oben hast du gesagt Ja Lach nicht Nö, nö, alles gut Ich, äh, lach über die Schraubanimation Der Rohrzange Geil Geil Ich hab's geklaut Hast du denn diese Motoren und so alles? Ja Ja, dann komm mal her, dann geb ich dir gleich mal was Oh 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 Äh, hier warte Ja Eins Drei Drei Vier Danke Bitte Voll gerne Voll gerne So, wunderbar Wollen wir mal in höher gucken? Die warten ja schon so sehnsüchtig auf uns Ja, die rufen uns schon Boah, wie kommen wir denn da überhaupt hoch? Du? Äh Guckst du selber mal, oder? Ich würd gucken, ob man den Hocker da mitnehmen kann Kann man aber nicht Oh, da kommt noch Ah, hier ist er doch Ja, dann ist hier wahrscheinlich auch einer dran Du hättest mich treffen können Nö, hier ist auch keiner Ohne Sinn und Verstand schlägt die da einfach Richtung Tür Jo Hm Geil Wo bist du denn? Äh, ich geh kurz baden Aber wie kommen wir denn hier zu? Guck mal, das sieht aus, als hättest du die geputzt Ich hole dir eine Hier, verschlossen Hast du einen Dietrich mit? Nee Ach, da ist nämlich ein Safe Mann! Ein Versor ist da drinne Ja, nee, ich hab äh Ich hab auch noch keinen gefunden Oh Ey, das war gar nicht oben, ne? Nee, das war nebenan Hat sich aber wie oben angehört Ja, ja Blei Die Häuser sehen so riesig aus, aber irgendwie Sind die gar nicht so groß? Nee Komm her Alter Alter Bleib locker, ey Das hast du gut gemacht, ganz alleine So Hä, aber es gibt noch ne Oberetage Ja, aber wie kommt man denn da hoch? An der Seite vielleicht irgendwo? Ja, entweder von draußen oder wir haben hier ne Tür oder so nicht gesehen Ah nee, es gibt keine Hä? Äh Ah, hier Ah ja An dem Blumending wieder Na, hier keiner? Ja Ja, aber hier ist auch ne Leiter Wir wären von unten hochgekommen Ja, ich bin doch hochgekommen Achtung, der Boden bricht ein Bei dir, du bist so fett Weil ich so fett bin Wenn ich mit meinem knackigen Astralkörper hier über die Dielen gehe, dann brechen die Mhm Ah Aber es wundert mich, dass hier oben keiner ist Ja, ne Ja, ne, das baue ich jetzt ganz bestimmt nicht ab hier Oh Tschüss, ich bin wieder runter Fette Sau Haha Hi Hi Oben gab es sowieso nichts mehr so, ne? Doch Was denn? Verband und Schmerzmittel Ah, ich hab eh kaum Platz hier Bin voll gepackt Mir ist kalt Mir ist kalt Ich muss mal hier Kaffee trinken Äh Mir ist kalt Ihr ist kalt Oh, halt doch, Saffel Schrei doch nicht immer so laut Entschuldigung Mensch, ich mein den hier, den Handwerker Baue, äh, hier den Holzfäller Ja, kenn Studenten Oh, jetzt wird's frisch, du Zieht eine kleine Prise öff Ja, ne, das laue Löfchen habe ich auch schon mitbekommen Geh jetzt mal nicht langer raus Und der schlüpfer ist dreckig Viele Holzfäller hier Ja Heidelbeer Pflanze Oh, den hättest du sehen müssen Der rumpelt jetzt aber Hier Heidelbeeren Okay Der Bogen ist voll geil Was ist das hier? Oh Und der ist der Hut Wo bist du denn? Komm mal wieder runter Äh, ich bin schon unten Hä, wo denn? Äh, andere Seite vom Haus Ja, hier sind auch noch ganz viele Häuser und Sachen, ne? Ja, ja Was ist das da überhaupt? Warum ist das hier eingezäunt? Und hier ist noch was Großes Ach, ein Tennisplatz, Basketballplatz, oder? Ja Hier ist noch die Piggy Bank Ja, ich wollte ja in das Haus, das sah so schön Piggy Bank Ja, können wir doch auch rein Ja, ich bin aber fast voll hier Müll-Aimer Müll-Aimer Oh, oh, oh Kartoffelsamen, mei, oh mei Jetzt läuft's aber hier Was hast du gefunden? Ähm, diese Pfeilspitzen aus Stahl Kartoffelsamen Und äh, Kerzenhalter aus Messing Oh, schön Ja Schönes Ding, das Schönes Ding Ich wollte es hier gar nicht Wart mal, was ich gefunden hab Nischt Elf Lehm Der Lehm nehme ich nicht mit Äh, da kommt Musik Ja, da kommt einer Wieso ist der schnell? Äh, der ist gesprintet Ja, das ist der Eklige hier, den wir mal hatten Ich hatte mit dem gar nichts Du hattest was mit dem Nein, ich Er meint Blutmond War der auch Oh, oh, da kommt ein paar Mir treu ich dir Da kommt noch ein Franchier, wenn du möchtest Oh, na toll Oh, aus nächster Nähe Willst du noch einen? Schieße auf die Schlappe Was? Bleib liegen, du Schreiheiz Oh, als du mit Angefangen hast, hab ich gedacht, du sagst was anderes Ne, ne, sag ich nicht Ich konnte mich zusammenreißen Ah, sehr schön Man mag es nicht glauben, aber manchmal geht's Ne, ich glaub's auch nicht Ich denk mal, das Wort ist dir nicht eingefallen Hey, doch Schieß gleich mal auf dich, wenn die Munition nicht so kostbar wär hier So, wo jetzt? Wollen wir hier mal in die Bank reingucken? Können wir Ich meine Bank Ist ja bestimmt geiler Luke, ne? Geht nicht rein Ich guck mal, ob die aufhaben Ah, scheiße, Mittwoch Mittwoch ist immer geschlossen Hau auf den hier unten rauf Sehr gut Ich geh rechtslang auf Toilette Oh, hier ist besetzt Geh ich eben hier rüber Kommst klar? Ja Womit hat denn der sich den Hintern abgewischt? Oh, drei Blatt Papier Geil, hab ich mal mitgenommen Du siehst nix, aber so Ja, dieser Laucher hat mich früher fertig gemacht, aber heute nicht mehr Ich seh nur so Blitzeffekte Und höre nur so Schönes Ding, Jasmin, schönes Ding Da kannst du mir mal nen Teddybären auf den Jarmarkt schießen, du Nö Aber warum nicht? Du schießt doch gut 1A Sahne Aber bitte mit vorne Das Lied ist verboten, Jasmin Warum? Füge dich bitte der Gesellschaft Warum ist das verboten? Weiß ich nicht, wegen irgendwas stand der Also ist nicht direkt verboten, aber steht schon wieder in der Kritik Und auf irgendwelchen Sendern ist das verboten Ich bin damit groß geworden und was Du bist gar nicht mit dem Lied groß Wie alt bist du? 55? Jo, Lootback! Wuhu! Das kannst du aber auch nicht so pauschal sagen, ne? Geil! Ich kann das sagen Na, du kannst ja die alten Leute nicht ausgrenzen Die haben genau das gleiche Recht wie jeder andere sich auf die Straße zu kleben Äh, ich wollte ihn die alten Sicherlich Ist richtig Hä, was ist da drin? Achso Wenn Opa Gerhard das möchte, dann kann er das tun Glaub mal Ich hab noch keinen einzigen Rentner gesehen? Ja Ich schon im Seniorenheim Oh, wieder Ich meinte Du weißt was Oh, hier ist ein Safe Aber ich hab Ich hab keinen Dittrich Immer noch nicht gefunden Dittrich! Oh, hier sind sogar zwei Safe Ja War ich hier schon? Dittrich vor allem Ja, ich hab keinen Dittrich gefunden bis jetzt, ne? Na, wer schiebt denn hier schon wieder Stress? Wer schiebt denn hier schon wieder einen Kotten? Wie kommt man denn da runter? Oh, das ist Holz Irgendwo laufen die ne Treppe Hörst du das? Ja Ich kann diesen hier nicht kaputt machen, warum nicht? Ah Geh doch geduckt runter Ja, du musst geduckt runter gehen Vorsichtig, ich hab die Treppe da kaputt gemacht Naja Nicht, dass du dir den Fuß verknackst Aber wo gehen die die Treppe jetzt? Hä, wo hauen die denn gegen? Ich weiß nicht Ohhhh Können wir den öffnen? Ah, die wollen von oben runter Spar doch deine Munition Warum? Ich kann noch neue machen Ja, so einen krieg ich hier die ganze Zeit welche Du kannst den hier durch den Boden schlagen Ja, ich mag das zu schießen Ich find das toll Wie kriegen wir die Tresortür auf? Das ist die bessere Frage Jetzt zeigen wir jetzt alles an Hühner Ja, toll, du hast wieder nichts mitgenommen, ne? Im Tresor? Nicht wirklich Jetzt kannst du schießen, wenn du merkst Warum hast du jetzt an? Ich glaub die sind da drinnen, Jasmin Im Tresor Da? Ne, dann will ich da nicht ran Äh, hier ist noch ein Schießpulver und Geld, wenn du möchtest Äh, ich hab das nicht Oh, 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 oh Jetzt wird's lustig Und Zack, 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 zack Zack, zack Zack, zack, zack BAM, BAM Geil Alter, das ist geile, ihr Metzl. Noch mehr? Die Frau ist krank. Die ist besessen. Wer, ich? Ja. Wie ist denn das? Muss man nachlassen. Ja, das tun wir. Wow, hier sind richtig geile... Ja, und da sind... Da sind richtig geile... Na, Boxen. Wo seid ihr, ihr kleinen Scheißer? Kommt mal her, hier. Oh, schade, schon vorbei. Schade, Schokolade. Oh, ich wollte es auch gerade sagen. Verriegelt, ja. Schön, muss ich die jetzt einhauen, oder was? Oh, du bist im Tresor, geil. Ja, sicher. Samway. Geil. Oh, Munition. Erbsen. Erbsen. Nice. Und das Werkbord benutzen. So, scheiße. Ich bin ne volle. Fuck. 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 Fuck, die Schwudenfliege. Schette, ey. Ich muss du alles einsammeln. Ich kann jetzt nur noch hier so die Säcke und so nehmen. Hier ist noch Munition im Rucksack. Hier ist noch Munition im Rucksack. Ja. Hier ist noch Munition im Rucksack. Jetzt schwimmen doch die verdammten Patronen. Ja. Danke. Das sind doch eh für den anderen, ne? Weil ja für große Pistole da. Magnum. Kann ich mit der eigentlich auch schon schießen? Ne, da hab ich gar nichts. Hier gibt's ganz schön viele Geheimverstecke. Drei Öl, falls du Öl hast. Wir sind ja hier auch im Bunker. Hast du Öl? Ne. Wo sind die denn jetzt, die anderen? Oben. Achso. Achso, du kommst. Ach da. Hat sich angehört, als hätte sich da schon einer selber erledigt. Ach, da oben sind die rausgefallen. Und wie komm ich jetzt nach da? Ach. Wieso sind die so schnell? Was ist hier passiert, Jasmin? Diese Gegend ist mir so subtil. Ich muss erstmal meine Wörter sammeln. Und die Monitore. Das ist mir suspekt hier. Ich kann 11 überladen. Könnten wir vielleicht einmal kurz gucken, was wer hat? Ob einer was doppelt hat? Ja. Ich hab hier diese ganzen Raketenwerferteile und sowas. Hab ich nicht. Was hast denn du sonst noch so? Fleisch. Leder? Fleisch? Ja. Leder? Ja. Knochen? Ja. Plastik? Also Kunststoff? Ja. Fett wahrscheinlich auch? Ja. Nitrat? Ja. Echt? Na, sicher. Äh, ich hab noch Messing? Ja. Chitons hab ich noch? Ja. Boah, was hast du denn? Geld hab ich? Kann ich nicht aufnehmen. Chitons kann ich nicht aufnehmen. Hab ich doch nicht. Wo sind die? Hier auf dem Boden. Ähm, Geld? Äh, nö. Äh, Metallspritzen hier, diese Pfeilspitzen. Äh, äh. Eidelbeeren? Ja. Ähm, Eisen? Ja. Leber? Leber? Leber. Leber? Leber. Ja, ja, hab ich. Blei? Ja. Ja. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Äh, ne. Ähm, warte kurz. Das liegt an dem Kleber, den du mir zum Schnüffeln gegeben hast. Ist ich Polver? Hab ich nicht. Boah, jetzt bin ich gerade so voll. Äh. Ein Ei? Äh, ja, diese Teile, äh, Pflastersteine? Ne. Nö. Zement? Nö. Bruchssand auch nicht? Nö. Glas? Leere Gläser? Ja. Ja. Ja, gut. Ich hab, ach so, hier hab ich auch noch was für dich. Kannst du lesen, wenn du's noch nicht hast? Äh, ich kann's nicht lesen. Warte. Nimm du mal schnell das da. Kein Klebeband. Bauplan hab ich noch nicht. Geil. Echt? Ich hab den nämlich. Willst du dein Klebeband wieder haben? Äh, nö, kannst du ruhig nehmen. Ja, toll. Dann hab ich nur einen frei. Dann zähl ich mal durch, was du vielleicht hast. Schmeiß ich jetzt die Schockteile. Fleisch? Ne. Messing? Hä, bist du doof? Ich hab dir doch gerade das... Ich baller dich ab, Alter. So. Wollen wir ins Nächste? Ja, aber ich muss erst mal zu meinem Fahrrad. Ich muss mich einmal hier entleeren. Ihh. Ja, ich muss mal kacki. Ich muss mal zu meinem Fahrrad. Ich kann nur beim Fahrradfahren kacki machen. Mir ist kall. Mir nicht, ich schwitze, weil der Stift schon malt. Ist eine heikle Angelegenheit. Wo ist eigentlich mein... Da. Nö, 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 nö. Stich, stich, stich. Vergiss mir jetzt einfach nicht dein Fahrrad. Ja, ja, ein bisschen mal meine Sachen aussortieren. Mhm. Oh. Oh Gott, scheiße. Äh, ich meine, oh nein. Verdammt. Mein Fahrrad ist fast voll. Geil. Ich bin. Geil. Hast du in deinem Fahrrad noch Platz? Hm, aber ich werde nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Ich frag ja auch nur, weil, äh... Wollten wir sonst nur Rucksack aufsetzen. Erhaltende, geteilte Spieler-EP. Jasmin! Ja, wie fühlt sich das an? Nicht schön, lass das. Aha. Ja, aha. Wo bist denn du jetzt schon wieder, Affa? Willst du jetzt einkaufen gehen? Äh, ja, ja, ja. Ich hab mir hier so einen Einkaufswagen mal genommen. Hab den auch schon vollgeschmissen. Äh, wo willst du jetzt hin? Ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge, Jasmin. Mach schon. Ja, das, äh... Ich denke, wird langsam Zeit, wa? Okay, rennenhauen. Ja, dieses Spiel macht so viel Spaß. Wir sind leider... Aber wir sind durch den Urlaub immer noch im Vorlauf. Minimal. Sonst habe ich ja immer so eineinhalb Wochen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Nee, so schlimm, dafür läuft das Ganze länger. Tipps muss ich aber ein bisschen verzögert umsetzen. So, trotzdem, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten. Seid morgen wieder mit dabei. Wir durchforsten den Rest der Stadt. Und ich glaube, hier links in dem Rathaus wird es bestimmt keinen Loot geben, weil das ist, glaube ich, hier das größte Gebäude, ne? Geht's unten, oh, ich weiß nicht. Entweder hier oder im When You Flush of Us. Wir werden's sehen. So, wir werden's sehen. Ihr seht's morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.